Eine große Verantwortung liegt nur noch auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkreppeln. Es wurden viele Fehler gemacht, sein Sie unerbittelt. Six hours later. Es ist dem Feind gelungen, die Front in Breiterformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Starns wird das alles in Ordnung kommen. Mit dem Angriff Starns wird das alles in Ordnung kommen. Eine große Verantwortung liegt nur auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkreppen. Es wurden viele Fehler gemacht, sein Sie unerbittelt. Mein Führer. Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das Leben vergibt keine Schwächen. Eine Sorgen der Menschlichkeit. Und die Menschen fvisionern nicht in Ordnung werden Axt. Um fünf Stunden später. ... kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Das war ein Befehl! Der andere Stein, das war ein Befehl! Wer schickt sie? Jeder hat mit Belogen sogar die US-S. Schau die Generalität in den Zweiter so einen Haufen! Die Soldaten, die für Sie verblieben... Die Stadt Feindlinge! Verreicht ein Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch kein Schmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennt sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie in Zug gebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Kabel hält! Der Widerstand in den Weg gelegt! Ich hatte gut daran getan! Und da waren alle Hörnoffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Six hours later... Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das Zaufele in ihrem eigenen Blut! Lernen glauben, dass ich das mit Berlin verlasse! Irren Sie sich gewaltig! Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf!